Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mystery, heute mit einer Special-Ausgabe, denn ich nehme diese Folge hier während meines 24-Stunden-Streams auf. Die Mission für heute ist, möglichst produktiv sein und möglichst viel Quatsch zu machen und damit haben wir schon angefangen. Da jetzt, gerade wenn ihr dieses Video seht, ich glaube schon der 1. Januar ist, also der erste Tag im neuen Jahr, also erstmal frohes Neues, dann ist natürlich ein Frühjahrsputz, beziehungsweise Neujahrsputz das, was ganz oben auf der Liste steht. Und das haben wir gemacht, ihr seht, es fliegen keine Kisten mehr rum und all die Kisten, die hier am Start sind, die sind schon wunderbar aufgeräumt, so wie sich das für ein Zwerg gehört. Zwerger lieben Ordnung, zumindest behaupte ich das jetzt einfach mal. Ihr seht, alles ist so ein bisschen sortiert, so viel Stuff ist noch nicht drin, aber das ist schon mal eine gute Menge und wir können jetzt anfangen hier die Höhle auszubauen. Auch sollen die kleinen Hundis benannt werden, da sind ganz, ganz viele coole Namensverschläge da, mein Hund und der Hund. Und dafür müssen wir aber noch mit den Villagern traden, dass wir einen Villager, der Bücher verkauft, zumindest so getradet haben, dass wir dort einen Nametag kaufen können. Ansonsten seht ihr, dass wir unterwegs waren, ein Heart of the Sea habe ich schon gefunden, ein Trident habe ich schon gefunden, also einiges an coolem Zeug. Und jetzt geht es erstmal hier mit der Höhle weiter, eine Waffenkammer soll reingebaut werden und auf der anderen Seite hier eine kleine, kleine Unterkunft für die beiden Hunde, dass die auch hier ein schönes Zuhause haben. Es ist sogar hoher Besuch im Stream da, ein Enderman, der mir meine Sachen klaut, König Lars ist mit am Start. Oha, welche Ehre habe ich hier, welche Ehre habe ich hier, ich glaube ich muss den Enderman hier mal jagen. Der hat eine Enderperle gedroppt. Der hat eine Enderperle gedroppt. Oha, oha, was es hier nicht alles gibt und guck mal, hier vorne hat er einfach ein Loch reingemacht, der Enderman, was es nicht alles gibt. Der König besucht sogar jetzt bei uns, uns die Basis und wir fragen mal, wie, 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 wie ist ihr Urteil, werter König, werter König. Ist, ist es okay, kann man, kann man das schon machen? Uh, der Medkrog, der Medkrog hier, der König Larissimus Elpheos, genau, so sieht es aus. So, jetzt können wir hier anstoßen, auf den 24 Stunden Stream und auf diese special, special Folge hier. So, ja, sehr schön, hoher Besuch hier. So, der Kroko ist auch mit am Start, hoher Besuch, es sind fast alle da bis auf Kalimero und ich glaube es ist Zeit, den König jetzt hier einzukehren kann. So geht das nämlich, wenn, wenn man, ups, äh, not in Tennel, Kroko, ne, nein, das war nicht geplant, äh, muss man aufpassen, das ist kein Rätsel. Äh, der Lars, der König sollte hier eingesperrt werden, das war mein gemeiner Plan, aber, und ein Hund ist eingesperrt, jetzt ist der Hund und Lars hier eingesperrt. Tja, so ist es gerecht, der König, wartet mal, wartet mal, jetzt müssen wir nochmal was machen. Es ist ja so, dass die Gefangenen, dass es denen gar nicht gut gehen darf, deswegen muss ich da jetzt noch das Wichtigste drauf tun, weil zu viel Licht ist gar nicht gut für die. Wir machen da ganz wenig Licht hin und deswegen kriegt der Lars jetzt hier nochmal eine Klappe drauf. So, zack, zack, jetzt ist er hier eingesperrt. Der erste Nebenraum ist fertig und zwar ist das die kleine Hundehütte. Wir sehen schon, die hat so einen kleinen Hobbit-Style, das heißt, es geht hier in der Wand immer weiter rein, verjüngt sie so ein bisschen nach vorne und dann haben wir hier einfach schon eine schöne kleine Unterkunft für die lieben Hundis. Die Unterkunft ist natürlich aufgebaut, dass wir die zwei Namen haben, den zweiten Namen vergeben wir später im Video. Hier haben wir zwei Fresströge, beziehungsweise zwei Futternäpfe, hier eine kleine Wasserstelle und die Hundis dürfen natürlich auch hier im schönen Doppelbett schlafen. Grün ist da, ein schöner Knochen ist da, eigentlich alles, was wir brauchen. Jetzt müssen wir die Hunde bloß irgendwie hier rausbekommen. Die sind hier beim König Lars gefangen, Jungs. Kommt mal, und Mädels, kommt mal hier raus. Wollt ihr nicht hier raus? Äh, Hunde. Nummer eins. Okay, den komm ich nicht ran. Nummer zwei. Komm, oh no, jetzt steh hier nicht rum. Mia, jetzt mach ich keinen Quatsch. Komm, zack, zack, jetzt müssen die sich hinter mir her teleportieren. Den Boden muss ich nochmal schicker machen. Komm zu mir, Hunde. Eins, zwei, perfekt, dann haben wir es schon mal, dann können wir den Lars wieder einsperren. Licht aus. So. Zack, 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 zack. Und Hundis, kommt mal rein, hierhin. Kommt, Feini. Feini, Feini. Komm auch du hier rein, Feini, Feini. Und guck mal, was sagt ihr zu eurem Gehause? Häuser, gefällt euch das? Guckt mal hier, zur Feier des Tages habe ich sogar noch eine Fackel für euch. Nein, einen Knochen für euch. Wollt ihr kein Knochen essen? Was ist denn los mit euch? Die Zwergenhöhle ist soweit fertig und wir sehen schon, dass wir hier ganz freundlich begrüßt werden. Der Lars hat sich, glaube ich, ausgelockt, deswegen habe ich den Boden nicht ausgetauscht. Hier ist immer noch ein Fake-Loch drin, einfach damit der Lars, wenn er nicht spawnt, hier direkt in der Wand stirbt. Das möchte ich dem armen König Larissimus nicht antun. Aber der Rest steht soweit. Wir haben den Gang nach unten geändert, dass sie unten gestript rein werden kann. Und hier hinten habe ich noch ein bisschen Licht reingesetzt, damit es halbwegs gut ausschaut. Die Items müssen natürlich noch hier despawnen. Ansonsten haben wir hier schön mit Licht verschiedenen Rüstungsteilen gearbeitet. Die Lederrüstung für den Zwerg, das habe ich heute gelernt, die darf natürlich auch nicht fehlen. Und ansonsten ist jetzt noch ein bisschen grün mit Azazel und Moos hinzugekommen. Und ich glaube so, wenn man jetzt hier reinkommt, da falle ich jetzt gleich bestimmt selber rein, ist das doch wirklich eine Zwergenhöhle, kann man sagen, oder? Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Aber ich würde sagen, ja, das sieht schon sehr zwergisch aus. Hier hinten, die Hunde haben wir uns schon angeschaut. Mit den Namen muss ich mal gucken, ob ich noch einen Villager hochgelevelt kriege. Und neu hinzugekommen ist jetzt hier der große, große Waffen- und Brauraum. Hier hinten werden die Waffen geschmiedet für die Zwergenkriege. Hier hinten kann man ein bisschen braun, schön in der Wand alles eingefasst, so wie es sein muss. Ich glaube, ich denke so. Schaut das wirklich ganz cool aus, ein bisschen zwergisch mit den Höhlen. Und ich glaube, damit haben wir erstmal eine gute Starterbase geschafft, alles aufgeräumt. Und jetzt können wir uns der Bahnstrecke widmen. Für die Bahnstrecke haben wir uns ein bisschen was überlegt, jetzt gerade hier mit dem Chat vom 24-Stunden-Stream. Die Bahnstation, die darf der Lars ruhig gerne bauen. Ich würde bloß gerne die Bahnstrecke bauen, die hier durchgeht. Die Idee ist, dass sich die Bahnstrecke hier an der Decke entlang schlängelt. Einfach, dass wir hier so ein bisschen, ja, eine schickere Stimmung hinkriegen, sag ich mal. Und hier auch mal die ganze Höhe der Höhle so ein bisschen mitnutzen. Dafür habe ich jetzt hier schon mal was vorbereitet. Und zwar ein Modell, wie die hier von der Decke hängen soll. Das ist natürlich jetzt hier unten. Die wird jetzt gleich nach oben schlängeln. Und wird dann den ganzen Weg hier an der Wand entlang, oben von der Decke runtergehangen. Bis nach hier hinten gehen. Und dort wird sie dann hier über den See, den wir hier oben gesetzt haben, hier rumgehen. Und dann soll der Lars die selbstständig runterleiten. Ich denke, dass das eine ganz coole, innovative Sache ist. Sieht so ein bisschen auch wie bei so einer Höhle und den Zwergen aus. Dass da die ganzen Güter drüber transportiert werden. Und hier drauf werden natürlich die Schienen gelegt. Was auch ein bisschen stricke wird, wird das hier mit der Bepowerung der Schienen sein. Aber ich denke mal, auch das werde ich irgendwie hinbekommen. Ich bin gerade auch am überlegen, ob ich hier eventuell oben drüber noch einen Schissel-Deepslate setze. Das sieht zwar, vor allem wenn das hier so nah am Boden ist, sehr, sehr, sehr mächtig aus. Der Vorteil ist aber, glaube ich, dass ich hier tatsächlich einfach dann einen Schalter mit hinsetzen kann, der das hier bepowert. Und ich kann zusätzlich, das ist fast noch wichtiger, ich kann hier noch eine Kerze mit anbringen, dass es ein bisschen schicker ausschaut. Auch keine schlechte Idee. Ich probiere es mal aus. Als erstes machen wir jetzt aber hier einmal das Schienenmuster bis nach da hinten. Und hier müssen wir natürlich auch nochmal verstärkt mit Treppen arbeiten. Das wird nochmal ein bisschen fummelig, dass wir hier so, zack, den Weg nach oben irgendwie hinbekommen. Und schon steht das Strecken-Layout. Das hat doch sehr, sehr gut geklappt, muss ich sagen. Also überall hängen die Pfeiler noch nicht von der Decke. Man kann sich aber jetzt hier schon gut vorstellen, wie das nachher ausschaut. Und ich finde für so eine Zwergenhöhle, wo so Minecrafts oben entlang fahren, ist das schon recht schick. Ich habe das hier nochmal so ein bisschen nach oben gedrückt. Schön symmetrisch, dass das hier über dem Eingang mittig hängt. Und wir immer noch einen schönen Blick auf unsere kleine Zwergenhöhle haben. Und hier hinten schlängelt sich das so schön an der Wand entlang. Zieht sich hier quer durch die ganze Basis einmal durch. Geht hier flach runter über den See. Hier nochmal ein bisschen flacher zum See hin. Und geht dann bis nach hier ganz vorne, gefühlt zum Abgrund. Da soll der Lars dann seine Strecke anschließen, genau wie den Bahnhof bauen. Das ist der Plan. Ich muss jetzt hier noch die ganzen Metallteile mit nach oben ziehen, die ganzen Ketten. Das wird nochmal eine Freude werden. Und dann muss natürlich noch mit Holz verkleidet werden. Wir müssen hier unten drunter noch einen Redstone-Block setzen, dass wir die Schienen bepowern können. Die Tector-Rails werden nicht gehen, weil wenn ich die Tector-Rails mache, klappen auch die Türen auf und zu. Das möchte ich irgendwie eher vermeiden. Das wäre nicht ganz so gut. Und dann kann der Patrick, äh der Patrick, jetzt bin ich schon ganz durcheinander hier beim, weil das die Aufnahme des 24-Stunden-Streams und es gerade halb zwei ist, dann kann der liebe Lars hier unten die Schiene entlang gehen lassen und dann, wo auch immer er es hinhaben möchte, die Schiene hin verlegen. Denke ich sehr cool. Wird, denke ich, sehr, sehr, sehr schick aussehen. Wenn das hier fertig ist, ich werde auch eine Menge an Glowberries mit hier reinziehen. Die kann man jetzt ja, wie gesagt, schön becutten. Dass sie nicht weiter wachsen und, ähm, dann haben wir hier eine schöne beleuchtete Strecke. Eventuell kann man da später nochmal Banner oder sowas dranhängen. Und dann sieht das wirklich zwergisch aus. Ich denke, hier hinten werde ich sowas auch nochmal mit einem Item-Transport-System machen, damit das überall hier drinnen zu sehen ist, dieses Design. Eventuell nochmal, wenn wir hier eine Farm bauen, dass die Items hier entlang transportiert werden. Und so haben wir doch durchaus ein ganz, ganz schickes, einfaches Design gebaut und der Bahnhof steht. Was jetzt noch auf der Liste steht, ist die Hunde zu benennen und ich brauche unbedingt jetzt ein Kaktus. Ich habe vorhin schon eine Stunde gesucht, damit wir eurem Hund, dem Community-Hund, einen grünes Halsband geben können. Mein Hund erhält ein liegendes Halsband, das hat die Mia auch in echt. Und dann suchen wir natürlich noch den Namen aus. Guckt mal, was ich auf der Suche nach einem Kaktus gefunden habe. Ein Papagei. Ey, und der sieht auch voll cool aus, voll farbenfroh. So, bitte, komm. Wer ein Freund. Yes. Äh, jetzt hat er Sitz gemacht. Warte mal. Ist er jetzt auch mit drauf? Oha. Wie cool ist das denn? Jetzt habe ich noch einen Freund gefunden. Sehr cool. Dann, warte mal, Freundchen. Warte, warte, warte. Komm. Jetzt müssen wir uns auf der Suche nach einem Kaktus machen. Da bin ich schon mal nicht so ganz alleine. Die Hunde wollte ich lieber da lassen. Nicht, dass wir nachher noch keine Hunde mehr haben. Ah. Jetzt, jetzt fühle ich mich wie so ein Pirat. Guck mal, da sind sogar noch mehr. Ich glaube aber, ein Papagei reicht. Die anderen beiden lasse ich mal da. Mit einem neuen Freund klappt das doch alles viel besser. Eine Minute gefahren. Vorhin über eine Stunde hier nach den Sachen gesucht. Und schon, zack, direkt eine Wüste gefunden. Hier sind wir vorne langgefahren, haben nichts gefunden. Hier direkt Papagei und auch die Kakteen. Das heißt, jetzt können wir endlich auch unseren schönen Hund ein wenig einfärben. Beziehungsweise das Halsband. Der Hund bleibt weiterhin weiß und niedlich. Der Papagei und ich sind jetzt wieder zu Hause angekommen mit 15 Kakteen. So ganz will der Papagei noch nicht mit. Der teleportiert sich aber immer ganz fleißig hin und her. Und jetzt machen wir mal einen hellgrünen Farbstoff für das Halsband des Community-Hundes. Und einen lila Farbstoff für meine Mia. Die Namensschilder sind am Start. Die farblichen Halsbänder auch. Und ich würde sagen, ich überrasche euch mal. Und zwar, erster Hund kriegt einen lila Halsband. Das wird nämlich mein Hund, die liebe Mia, werden. Denn die hat auch bei uns ein lila Halsband mit so Reflektoren da drin eingenäht. Und ich denke, das passt ganz gut. Also Mia, schön, dass du mit dabei bist. Der zweite Name, wurzig gewünscht, soll etwas ganz, ganz Zwergisches sein. Da waren viele coole Vorschläge dabei. Einer war zum Beispiel Belgrim. Und den gebe ich dir jetzt mal, lieber Hund. Und du sollst eine schöne grüne Scherpe kriegen, beziehungsweise ein grünes Halsband kriegen. So wie sich das gehört. So, anpassen können wir sie noch nicht. Aber ich kann jetzt schon mal hingehen, hier mit den Symbolen drüber gehen. Und dann kriegst du auch deinen eigenen, das ist schon fast eine Ebene zu hoch, deinen eigenen Futtertrog, lieber Belgrim. Ich hoffe, dass ich es jetzt hier richtig schreibe. Und dann bist du auch hier neben der Mia jetzt Teil unserer Crew. Community-Hund und mein eigener Hund zusammen hier in dieser wunderschönen Höhle. Was gibt es Besseres? Und damit soll es das auch schon für die 24-Stunden-Stream-Folge hier von Minecraft Mystery 2 gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Lasst gerne einen Kommentar für mich oder den Algorithmus. Das hilft mir sehr weiter. Schaut die anderen Videos. Und ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle fürs Zusehen. Und sag bis bald zur nächsten Folge von Minecraft Mystery. So, wie geht's das?